herzlich willkommen zu einem neuen part von minecraft sonium wie man sehen kann ich habe hier eine neue forschungsnotiz habe ich ein bisschen hier umgeschaut wir sehen wie alles funktioniert und brauche erstmal hier das schreibt sie hier drin die forschungsnotiz kommen wir oben hin und dann haben wir das ja kognition pico und herr die zio muss er auch wissen was irgendwie wenn er kombiniert wird wie wird hier auch angezeigt also feuer und geist das braucht irgendwas was er sein hält den tod nicht gemeint tod kommt hierhin ganz weg feuer und hierhin du warst instrument und boom jetzt brauche ich etwas feuer tod und beeint nein 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 so ich habe das hier gewählt feuer und das gibt was denn ein glas 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 und nur was das humus und peridito beeint und und leben mist wo haben wir denn eigentlich das noch bei zwei pflanze und so eine extrem doofe idee leben rot ist er noch mit leben aber leben 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 ehm n n n n die n n n n n n nicht. Was ist... Oh ja! Und... Es gibt auch irgendwas, was beides hat. Ich könnte jetzt herum experimentieren. Bringt aber nichts. Auch keine richtigen Kombinationswilligkeiten. Äh... So bin ich das alles. Da... Kommen wir hier irgendwo da. Oh, wir leben. Wie soll ich... Ich weiß nicht, dass alles nur anders sein. Dafür ist entweder... Das oder... Das. Dafür wird Intelligenz oder... Wir... Leben. Also der Weg führt nirgends so hin. Denn Intelligenz. Manchmal ist es das offensichtlichste, das einfachste von allen. Und... Ja. Wop. Wir hier raus und... Ab ist. So funktioniert alles drum und dran. Goldene... Goldene Spitzhacke, ein Tisch und das Thermometer. Und sehr viel... Davon. Hm. Hm. dann mal sehen wir brauchen auch noch pauschungsmeisterschaft ist wissen du nötig schreibzeit verbotenes wissen hauptsächlich harmlos nein nein dafür kann ich auch wieder vornotizen machen aber das reicht glaube ich für den anfangen was haben wir denn hier einfach nur mit einem zauberstab auf dem kessel ich habe die tür gut achten wir auch mal gleich erstmal ich habe ein lager unten ich bin doch so intelligent das war die taste die ich wollte okay zauberen habe ich schon vielleicht gehe ich auch erst einmal hier rüber ins lager und hol mir das eisen du bist kein eisen und du bist auch nicht das was drüber sollte ob ich immer eisen das ist hier drüben nicht auch kein nirgendwo anders mehr tun aber doch mein ganz eisen ist verschwunden ihr zwei seid auch toll wer ist ja hier gelassen nein da ist es nicht da steht da drum ein eisen ist weg wo ist mein eisen wir in ja ich 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 Eisen, ja, das ist doch normales Eisen. Auch alle Namsbücher sind weg. Über 10.000 Bücher. Okay. Was ist jetzt? Hä? Das wird mir jetzt etwas zu unheimlich. Ich lege das erstmal jetzt oben rein, bei der Treppe runter und während das hier dann hier durchläuft. Wie ich mal mit dem kleinen, ja, mit Luke hier sprechen. Und alles gut bei dir? Also mein Leute, ich wollte sagen, was ist es diesmal? Ja. Ja. Ähm. Ja. Ich wollte sagen, dass ich mich großartig finde und dass ich über die Wochen, die ich schon hier bei dir lebe. Nun, ich gehe noch und komme nochmal wieder. Ich brauche einen Moment. Okay. Ist hier wirklich gut. Ach, der wird mir immer so spekt da gerade. Unheimlich. Mein Eisen ist alles hier. Gott merkwürdig. Mein Eisen ist verschwunden. So viele andere Sachen. Äh. Kessel. Hier. Ich mache den sauberstab unten vergessen. hier runter Kessel, Kessel und so schöner das hier sowieso nochmal einmal Kessel oh, 21 Metallum okay, also äh, nein ja äh wo ist der Zauberstab? wo ist der Zauberstab? nein Knochen, nein wird das hier alles reingehaktan aus Versehen ne, hier sind die Farben nur drinnen nein, das sind die Sachen hier drinnen ja, ein Buch Hilfe ich drehe jetzt langsam am Rad hier verschwindet alles ich krieg langsam ich werde hier langsam verrückt kaum ist man mal längere Zeit nicht hier verschwinden einfach Sachen Geister da habe ich oben noch Drohnen von denen ich mich nicht erinnern kann nein, hier ist nur die Bank da ist das ist aber egal ein Brauch hier zwei Scheibe eine Kappe zweite Kappe naja, klar so habe ich auch schon erforscht mal die kriege ich auch noch gleich was ist denn heute wieder hier los ein, zwei, drei Kessel äh, Tiger mhm gut dann damit ich dich nicht nochmal verliere kommst du hier hin mal gucken, habe ich irgendwie Reppen weil es eben Holz werden ich habe sowieso keine Verwendung dafür küsst dies küsst das ein küsst der ok das gleiche auf der Seite bereichen die nachher nicht aus wenigstens klappt das jetzt ein mädig ja, mach die Spitzzacke weg ich soll aufhören zu spielen ich finde hier gar nichts mehr ich weiß noch nicht irgendwann anders aus also facken wir weg also hast du jetzt wieder beruhigt alles gesammelt äh, was was ist jetzt ziel das hat wieder schief gelaufen das verwirrt mich was ist hier mal wieder los was ich wollte dich bitten daher nicht ich ok, äh nein der Tag ist schon seltsam genug dann musst du sie noch schlimmer machen gerade nein ich kenne dich noch zu wenig ok was hast du denn noch zu tun soll ich bitte verstehe es bitte verstehe es ich muss noch ein paar seltene Materialien sammeln für den für den Hanne den wir betreiben wollen mit unserer Stadt gerade aber das ist also kompliziert was genau so wirst du äh brauchst du nicht wissen eigentlich aber eigentlich Ton braunen Farbstoff und Blumen braunen Farbstoff ist das nervigste gerade eigentlich äh äh aber erst mal muss ich hier erst mal halbwegs klarkommen äh Verlobungsregel ja nein ja äh abbau 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 ablenken ablenken und dazu zu verstehen was gerade hier passiert äh mein Eisen ist weg der wird mich ihn zu heiraten ich kann keine Fackeln setzen so bisschen geräumiger und noch eine neue Fackel hier noch hier noch und in meinem Lieblingsbuch hier ja 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 und Sachen rein tun Papier 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 also Petalog Bruchstein weiss ich welche Truhe weiss ich welche Truhe hm jetzt einmal schauen braunen braunen Farbstoff Osternseitling Rohrkolben ansonsten nur dadurch also Pilze und am Wasser suchen ach du liebe Güte was soll das uns denn noch hinführen wir brauchen ich brauche noch sehr viel Ton für den Handel braune Farbe muss ich noch irgendwie besorgen haben wir jetzt erstmal hier Kieseschafe und Orangeschafe mutten mich nicht so an hm war gut zu sehen dass ich wieder die Arbeit macht zu beleid aber nein es ist zu viel zu viel verheiratet wer bist du auch verheiratet mit irgendjemandem wer bist du da ist ja mein da ist ja mein da ist ja mein das tun die ganzen Leute hier und ich habe mich immer noch nicht um hier gekümmert änderung ist ja dass es jetzt in Trouble läuft weil ich es schon gezeigt habe ich muss das auch noch ändern dann was ist jetzt hier alles so schön das passiert Potenzial einfach mal hier rumlaufen und mal sehen was ich noch nicht gescannt habe und versuchen alles zu verstehen ich kann es nichts mehr geben weil ich noch nicht gescannt habe oh Stein Kartoffel Karotte noch nicht das kann ich nichts klein Stufe kann nichts gelernt werden Siegel habe ich schon keine Lust so kompliziert da leuchtet was oh okay das war gerade ein bisschen unheimlich kann nichts gelernt werden scharf stirb was bist du du komische geselle verschwinde vom dorf nicht nicht mit dem ring abbauen mein geheime eisenerz quelle okay das war total schlecht blumen ich zwar sammeln aber gerade keinerlei interesse ich gehe im nächsten part dann auf die suche das heute war einfach ein bisschen zu too much ich bin hier verschwunden oder nein ich komme heute einfach nicht mit einem meck klar ich muss einmal zu farben und die neue mine einfach mal ein bisschen erkunden ein sehr kleines wenig Zeit haben wir noch hier rein wenn jemand weiß wie man es verbessern kann ich bin ganz ohr wesen funktioniert das jetzt etwas also ein kaktusgrün wird uns nichts fehlen andere farben werden wahrscheinlich erst problem werden eigentlich können wir auch noch in handel ich hier nicht irgendwo das buch nein nein ich habe das buch verloren aber ich habe zum glück eine vorgefälligte kopie schon gemacht ich wollte bleiben im notfall hier haben wir holz oder habe ich nicht wo ist mein eisen geblieben mit rechts kann man schön alles reinpacken ich muss noch muss noch das machen für die farben wo ist eigentlich unser lager für den handel kompliziert hier ist auf jeden fall unsere neue höle des dorfes mine heißt das ding auch o an o o o o o o o o o sie ein zu viel abgebaut wo befinden wir uns auf welcher für 42 ach du liebe güte wir müssen uns noch ganz tief runtergraben die rechenbohnenschätze fangen erst weiter tiefer an wo wir etwas eisen gefunden ich dachte gerade schon was ist das jetzt hier weil das gefühl länger dauert das abzubauen aber nie ist eine kohle aus diesem grund nämlich erde zum zu bau habe ich gerade in richtung post amt gebaut wer das weiß hier oben ist kein grundstein die fucking sollte ich trotzdem bei mir behalten ja das ist das postamt hier und aus diesem grund existiert der grundstein hier damit keine aus versehen ein creeper daneben zündet oder sich da rein gräbt und irgendwas kaputt macht ich weiß auch schon wo ich das zweite mal das hin packe falls ich auf die idee komme sowas neu zu bauen in den ort wo wirklich keiner ran gehen würde okay wäre es der himmel gewesen aber es gibt auch noch genügend andere leute die dann den himmel unsicher machen und dann wir können So fähig bin ich jetzt gerade. Okay, 23. Das. Ich kann es noch etwas tiefer gehen. Was meint ihr? Soll ich annehmen? Aber warum frage ich überhaupt? Natürlich nicht. Bisher habe ich keine Beschwerden über ihn gehört. Und aus dem Dorfe. Aber irgendwie traue ich ihm noch nicht so wirklich. Aber ein netter dieser Wesens fragt, was mich hier gerade so beschäftigt. Weil für den Handel, da fehlt uns wirklich brauner Farbstoff. Und wenn wir mit Tonarbeiten vertreiben wollen, brauchen wir auch Ton. Ist er doch nicht so übel. Trotz seiner merkwürdigen Auftritte. Das war ein bisschen Kies sammeln. Ach du liebe Güte. Broly ist nur... Ich bin noch nicht bereit. Oh. 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 Entdeckt. Weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß sowieso schon, was ich tun werde. Nicht abbauen. Nehmen beide. Das ist auch wertvoller Handelsrohstoff. Die kann ich nicht einfach so verschwenden. Ja. Auch mit dir und Mandeln wird gehandelt. Weil bevor wir die Preise erhöhen müssen durch externe Quellen... Okay, ich höre... Ich höre jetzt wieder zu viel Wurzeln. Ich habe nie was gesagt. Und nein, ich werde nicht mit Kies handeln. Kies braucht man zum Weg ausbauen. Ich muss eigentlich mal in Never gehen. Dafür brauche ich erst mal... ein Lavasee und Wasser. Ja, ich habe... Weiß ich mal... eine... äh... Mine, aber... Ich bin hier gerade so... beim Ausbau... Amand. Ich habe die Amand gefunden, aber trau sie mir nicht abzubauen. Was ist denn... Lief in meinem Kopf. Ich muss aber hier was ausleuchten. Mit keinen ungebetenen Gäste haben. Während ich hier... Material für die Wege erhole. Hmm... ich werde nur noch ein bisschen hier rum graben das eisen mitnehmen und die diamanten in ruhe lassen und überlegen wie schnell ich an die verzauberung glück kammer wikis haben wir denn nun schon 26 könnte es auch langsam reichen und dabei habe ich jetzt paar schöne abzweihungen geschaffen für die die hier und noch da kommen wollen war voller absicht so sieht doch viel besser aus rot stein kohle die wand muss auch noch weg auch weit geschafft jetzt erst mal und wie tief die diamanten liegen hmm Okay. Ich bin mir sicher, unsicher. Brauchte ich dafür nicht in der... Und Stein? So eine 50% Chance habe ich gerade das System unter dem System... Was kann denn noch stiefel gelaufen? Tadaa, wir sehen jetzt... Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert los? Weg finden... Was ist denn hier? Es war klasse, wie wir das finden würden... Der war nicht so nah, dachte ich... Runtergraben... Ich habe mich auch noch verschluckt... Also wer will kann hier rumgraben... Diamanten... Sehen lassen... Lassen nicht hier runterfallen... Ah... Was soll's... Ja... Eine kleine, süße, schöne... A la Diamanten... Gold wäre mir gerade irgendwie lieber... Wenn ich schon alles hier... rausnehme... Da haben wir drei... 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 Drei Diamantenglöcke... ... auch... Hier geht's noch nichts weiter... Liebescheibe... Da komm ich nicht ran... Also es lohnt sich auch Hier mitzuarbeiten Wie man sieht Als ich hier, als unten war, war es nicht so Schrecklich Gold Gold Ah ja Brauche ich nicht Gold Ja Wenn man kreativ muss Kann man hier viel mehr sehen Ich werde auch gleich hier rausgehen Ich will nur noch was nachschauen So sieht es aus Die Breite mit Okay Der Apfel Ich esse Eine Kleinigkeit Wurde ich mir nicht aus dem kreativen Modus Nachtsicht Ja Ich bin einmal ganz so Frei Achtung Das sieht noch schlimmer aus Also es gibt Schöne Sachen hier Zu finden Für jeden der hier mithilft Aber die Sicht ist Eine absolute Kanstrophe Freiwillige Dürfen sich ruhig bewerben Kriegen alle auch noch eine Karte In der Hand gedrückt Hängt davon ab Wie man sich auch hier Detalieren will Omicron Halt sich noch nicht Halt sich noch nicht Uh Schiene Wooster Schiene Und wer sagt Das ist ja alles Höflich Geschiedet Ich kann die Sachen dabei oben herstellen Braucht sie aber oben Gerade nicht Und so viel Ist sie auch gar nicht mal Abbrechen Nichts von hier Gelernt werden Keys So Okay Man kann Füße sich mit dem Ding Trotzdem nicht zurecht So Nichts Gelernt werden Hausohr Das geht nur mit einer Dingsbums Diamantsbetal Das weiß ich glaube ich noch Wird alle die gerne Helfen wollen Können es tun Okay es wird eine Katastrophe Werden eigentlich Warum Einfach Weil Der Grundstein Kann nur Im Kreativmodus Zerstört werden Problem ist nur Um hier zu arbeiten Also die Lange jetzt abzusammeln Darf man Im Kreativmodus Sein Und ich habe Keine Methode gefunden Es sonst irgendwie hinzukriegen Oder zu dem Seilbogen nie versucht Es sieht durchaus so fahle aus Ach Einfach 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 Die Objekte Die hier abgetragen werden Kann jeder da Nein Die Bezahlung hier Für die Arbeit Hier unten Wäre ich schon Zurecht schieben können Richtig Ich muss jetzt erst mal Nur den Weg Wieder rausfinden Und darum Ist eigentlich wichtig Dass hier alles Mit Grundstein ausgelegt Ist Damit die Keine unten Am besten Durch herum Irrt Ähm Nee Nee Obwohl Von Rucksack Mist Wollte ich einfach mal kurz Den hier voll Den den ich nicht mehr besitze Warum Ganz einfach Die Farben Rot Orange Gelb Grün Blau Kommt einmal kurz hier rein Und Violett Blumen gehen Lass ich auch noch hinzukommen Aber Jetzt die Einstelle Farben Gehen Auch Ist auch Besser Als Blume Blumen Im leeren Feld Okay Jetzt habe ich noch nichts Richtiges gemacht Bruchstein Noch nicht Egal Soll ich dann gleich Alles Richtig Ähm 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 Blau Hatte ich Nicht Ist auch Rechtsklick Zu machen Schrift Rechtsklick Ist Einfärben Des Dings Schau Hier Rechtsklick Ich Immer wieder Rechtsklick Aufhören Junge Grau Brauen Wir Nicht So Ja Hier geht auch Der Farbstoff Haben wir Irgend Farbstoff Vergessen Ich So Nachschauen Roter Grüne Kakaobohne Machen wir Nicht Nütze Ich Nicht Was Dazu Lie Für Kies Nein Für Kies Nee Nee Rosa Gehört Nicht Dazu Und Da Sieht man Aufjedenfall Wie gut ich Mit Englisch Bin Die Karotten Umher Sie Nein Danke Richtung Auch Nicht Also Das blicken Hintergrund Ist Eigentlich Nur Dass Der Trank Aufhört Seif Sehen Kann Aber Das Ist Alles Auch Handlungs Material Vom Dorf Dafür Braucht Man Diamanten Ich Ängsthaft Zu Blöd Um Farbe Zu Finden Ja Ja Bin Ich So Schreit Man Die Y E Wieso B Black Black And Blue Only Okay Dann Haben Wir Eigentlich Alle Farben Gemacht Dann können wir uns gleich wieder nach oben begeben Sortieren 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 Nö Dann ebenso sortiert Gut das nehme ich mit Das nehme ich nur mit Das nehme ich nur mit Okay Jetzt Mach ich das nicht abgescannt Ausgang Nicht hier Das ist nicht der Ausgang Auf gar keinen fall Das ist auch nicht Das auch nicht Da geht es nur zum wald Was liegt das hier so unten so schlimm ist Werde hier und arbeitet Ist im game mode Oh schön Er verbringt nichts Nee Hier auch nicht Nö Nö Irgendwie fühle ich mich gerade halbwegs an mein Kindheit zurück Versetzt Ja Merkwürdige Geschichte Natürlich Wenn man ein kleines Kind ist Weiß auch nicht wie man In der Dunkelheit Zurechtfindet Ja Ich Okay Geschichte ist gestrichen Wo ist das gold Ich muss jetzt sofort meine Kisten durchsuchen Überlänge folge Weil ich mich nicht zurechtfinden kann Aber hier soll ich noch zeigen was Habe ich mein gold hier irgendwo Rosé gold Du bist kein gold Du bist kein gold Ach gold Erz Aber dich nicht noch normal Ist gold Hier ist das Ende Ich kann nicht mehr Ich brauche jetzt eine Pause Wir drehen euch noch vollkommen durch Dort sind wir euch noch einen schönen Tag Ach Kommt doch was ihr euch nachschaut Und Was ist hier los Und Ich miline vrij Ich bin Fofür Ich fool mich Ich bin Du bist glän Du bist Jäger Adv ig Ich bin Du bist Ravi W Ich bin numbers Ich bin Jäger Ent Tan Du bist Ich bin Ich bin YouT Untertitelung des ZDF, 2020